Die Rekord läuft. Runde beginnt. Auch wieder dabei. Die Kommandoposten vor feindlichen Truppen. Granate, Granate! Rücke kommt, zwei Leute. Einen hab ich. Rechts kommt gar nichts. Zwei kommen. Oh, hinter mir. Okay, es war ein Rappen. Gut. Es waren mehr, wie gedacht. Einer Spawn raping. Haben. Protest. Also ist noch einer oben. Ja, geil. Eine Criber in der Spawn. Was sind diese? Der Feind erobert unsere strategische Stellung. Für was blende ich's nochmal, Claes? Hintenrum. 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 Komm! Der Typ, der gibt mir nur Header jedes Mal. Der kann, glaub ich, nichts anderes. Das ist echt zu hart. Merkt euch Leute, wir spielen nicht auf KD. Brücke! Alter, ich hit an, was geht, gell. Und der fällt nicht um. Dann kommt der Olli. Macht einen Schuss drauf. Wer hat erobert unsere strategische Stellung? Bin ich gleich tot. Medic. Ja, ich komm damit. Gib du mir Rüstung. Warte. Äh, vergiss es. BG-Gamer. Ausfurt. Äh, hab's dir. Alter! Hier. Hast sie alle. Wow, hinter mir. Ah, hab ich. Kommt mir noch einer. Brücke. Ich weg. Von rechts kommt noch einer. Ja, ich zieh die Flower drauf. Hat jemand auf mein Clay draufgeschossen, oder was ist los? Ne. Mach ich immer, Puddy. Ja, Puddy hatten. Einer rechts. Oh, rechts. Brücke, 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 Brücke. Granate! Kommt jetzt vor. Back. Brücke. 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 Habt ihr? Perfekt. Ich schieße drauf, was geht. Krieg den Kill nicht. Ja, den hab ich dir abgeschafft, Entschuldigung. Rechtskant. Kommt zurück. Kommt zurück. Boah, links, links. Beide angehittet. Du ist weltlich. Links, beide angehittet. Steht der wieder. Ne, aber ich... Oh, gut. TG-Gamer aufs Wort. Ja. Ja, nicht hinter dir. Hinter dir. Ja, natürlich durch diese komischen Kisten durch. Jetzt ist aber gut. Wie oft soll ich da noch drauf schießen? Oh, welcher Idiot hat er jetzt die Nate geworfen? Ich? Ja, die hat mich umbracht. Brücke. Brücke, drei Stück. Ne, zwei sind's. Durchs Häuschen wahrscheinlich kommt einer. Nichts. Links Oliver extrem liegt am Zaun. Oli kommt zurück. Ja, ich brauch... Was schon im Leben? Alles. Ist das so lächerlich. Alter, wenn die keine Makros haben, ganz ehrlich. So wie der sich hinlegt und aufsteht. Der Feind erobert unsere strategische Stellung. Sorry, dass ich so spät war. Protest, ich rechts dann. Vom Defended den Kackspot, ehrlich. Ja, willst du leben, bitte? Wo bist du? Hier. Danke. Nate. Oh, fuck, ich liegt down. Ja, ich auch. Er legt ne Clay von mir hoffentlich. Einer aufs Spot. Einer. Tot. Der läuft einfach nur durch meine Clay durch, gell? Ja, mach ich auch. Lauf auch durch alle Clays. Anti-Play-Moboots. Protest rechts. Alter. Ja, der hat mich noch... Ist aufs Spot. Der Feind erobert unsere strategische Stellung. Dafür doch, Oli. Jetzt wieder ein bisschen Summonen. Ja, ich leg. Ja, ich hab dich. Body Control von links ist drin. Der Feind erobert unsere strategische Stellung. Und von rechts kommt auch einer. Da sind wir so viele. Hinter mir, Oli. Voll extrem recht. Und ich leg schon wieder. Alter. Werfen durchs Hüttle, Leute. Alter, du. Dieser. Der hat doch an. Der hat doch an. Der hat doch an. Ja, jetzt im Haus. Ich bin tot, du Fisch. Ey. Der hat das an die anderen. Also ich lag, ja. Oh, fuck it. Body Control, das schwebt. Hadi, bleib da. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Wer ist denn? Keine Ahnung. Genau drin. Weg. Halt dich! Ja, voll. Zu dreifach, kippst du dich. PG-Gamer drin, Oli. Zwei drin. Einfach mal. Nein, nade. Ja. Achtung, da liegt noch ne Klai. Nicht mehr nade. Von rechts kommt Matic Und der andere, der Oli war extrem, kommt von rechts Ist jetzt hinter dem Baum Ja, ja, super, mit dem Header natürlich, klar, was sonst Oli, sind zwei drin Holt den doch, Holt den Ich treffe ich den nicht, ich treffe nicht Ich weiß nicht warum, aber ich hab mit Trocken noch einer drin Boah, PG-Gamer An den Kisten Perfekt Ich krieg natürlich keinen Hintbarger, gell Ich brauch Rüstung und Leben Jetzt nicht mehr Pg-Gamer Von hinten aufs Bord Ne Er liegt Weg Ja, ich schläg schon wieder Oh, hab dich Geht die Deckung Granate Ich hab dich Danke Aus dem Haus Oh, im Haus Alter, komm, 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 jetzt nervts langsam echt Dann spiel Medic Dann spiel Medic, den Pumpen weg Eher, eh eher close to distance Brücke Ja, sealt auf den Oli Oder auf den Dommel Und holt mich natürlich Oh, ich wollt hier aufnehmen Oh, Scheiss, Cry Wars Was isch des? Baddeck drin Tot Ja Hat sich nicht zu machen Überall nur Cry Wars Vor allem, ich krieg keine Hitmark auf den, gell Mit zwei Stück drin Einer auf Einer am spawnen Einer liegt down Aufs Spot Kommandoposten verloren Zurückziehen Uhhh Ist das lästig, ehrlich Zieht euch zur zweiten Stellung zurück Ihr müsst mich schützen Genau, Spot Kommt hoch dann Ja Komm schon Ice Clay geht natürlich nicht hoch Also, die sind schon am spawn raiden Was isch das? Ja, ja, ich hab's gerade auch gehört Treppe! Hab ich Die strategischen Stellungen um jeden Tag Protest macht immer noch spawn-killing Ne, gar nicht Das ist ja den hier spawn Hups Oh, ich fliegt da aus Einer treffe Kommt halt hoch Leute, was macht ihr da unten? Kommt hoch Voll Was sucht ihr da unten? Äh, tipps da Ich sollte da vielleicht erstmal hochkommen Ist einer ins Tor Das ist so lame Das ist so lame Das ist so lame Scheißblöde spawnraper Ganz ehrlich Können nichts anderes Alles Rechts kommt Links kommt einer rein Aber den hab ich hoffentlich mit meiner AP Nein 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 Und unter und Ne, 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 lebt noch Lebt noch, lebt noch Olli, Olli, dreht hier Scheiße Irgendwas Dome, ich spiel doch lieber Maddy Ey, du Die nehmen aber keine Hits Das ist unglaublich Weg Sag mal, haben die Die haben nicht mal schlechte Pings Komm mal, links Ich leck Scheiße Nein, hab ich Olli, ich wollte dich aufheben Bin dort Hinten uns Olli war extrem aufs Spot Ja Ah, scheiße EG Der Aushelte Weil mich setzt ja jedes Mal eine scheiß Clay Anti-Clame of Duty Kommt ein hoch Links Links kommt auch einer Hinten Ich leck Oben Ab dich Über links Äh, links kommt jetzt gleich einer Ich leck, ne, ich bin tot Der Feind erobern uns riss strategische Stellung Alter, mal ganz ehrlich Alter Der Typ, der ist unhittable Null Hinter euch, links, äh, rechts Also von euch hinten Loll Keine Hitmarker, gell Ich hab den nicht mal gesehen Jetzt sind genug oben Ja Dann nade es alle hoch Einfach reinwerfen Achtung, Clamers Ja, lasst mich durchlaufen Ey Ey, ganz ehrlich Ich Ja, nade Ja, aber die hat mich genauso noch Heftig erwischt Sind welche drin? Der Feind erobern unsre strategische Stellung Also dieser Protester fängt echt keine Hit Und alle tot, yay Ich krieg ja nur keine Hitze an Ja, super, super Super Der Feind hat eine weitere Stellung erobert Eine bleibt uns Verteidigt sie um jeden Preis Zieht euch zur letzten strategischen Stellung zurück Oh, kein Needs Ja Komm, glaub, links, komm Ne, mit dich erstmal Komm, Leute Mit dich nicht Mit dich nicht Das ist so lame, alter Verteidigt die letzte strategische Stellung Wir können uns nicht weiter zu uns ziehen Oh man, diese scheiß Cry-Walls Das nervt so höllig So ist's halt Du weißt auch welche Bleiben wir nur schmeißen TBT auch wenn jetzt stehe ich von alleine oder was Was, mich haut hin Ich weiß gar nicht wo die Dinger einschlagen Links bitte Ah, pick ich eh mich schon wieder Ich mach zwei Schuss Aufspot Komm, Attacke Achtung, gleich Alter, komm Oliver, extrem Oh, hinter uns Aufspot Alter, die Typs da, wenn die nicht anhaben Alter, komm Alter, dann hängt dieser Kack-Animation drin Das nervt so Oh, scheiße Gott, ist wieder clear Dings Halt mich Olli da extrem hinter Oh Gott Oh Gott Rechts, Mitte Rechts, Mitte Ohhhh Ah, sag mal, wie kommt denn der da durch? Wo denn? Wo kam der? Aufspot, schnell, schnell, schnell Von links Zwei Zwei Servus 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 Ok Und Wir gehen alle zusammen Rechts Ok Ganz rechts Ganz rechts Also ich geh mit dich Ihr geht ganz rechts Weil wenn ich sterbe Ist es nicht wild Und wie läuft's? Äh, relativ Relativ zäh grad Das erste haben wir gewonnen Hangar Relativ zäh trifft es relativ gut Wir erobern eine Stellung Verliert er oder wie? Nee, es geht Nein, ich sag nicht Hatti, der lebt noch, der lebt noch Der dreht sich um Achtung, der liegt nicht gleich vorne Ja Boom Ja, es war zu viel Hey, bin weg Ganz links Ja So weit links willst du Ja So weit links will ich Auf doch nichts Ich geh wieder rechts Und guck, dass ich sie ablenke Ja Kein Hitmarker Und ein Haufen Blut spritzt Ok Ah PgGamer steht an Falls wir Falls wir wieder rechts gehen Am Zaun da Vorsicht Ja, ich hab grad Clamor gecleared Splittergranate Also klar, PgGamer Stryker hat doch nicht noch viel Entfernung so große Range Mit no spread schon Glaub ich nicht Ein komplettes Magazin brauch ich für den Wir erobern eine Stellung PgGamer ist angehittet Jawoll, Oli rechts Äh Ich lieg da einfach nur down, man Ich kann nix machen Ich hab's gesehen, aber du hast doch den einen Coal Hast doch nen schweren Mord gekriegt Ja, das war ein Luck Müsst du was schliegen Das ist scheißegal Oh, scheißblöder Leichenfuck Wir erobern eine Stellung Tommy hockt mich auf den Dinger Äh, ok, ok Ja, keine Chance Der hat mich noch coalt von hinter Der liegt Ich glaub ich mach nächste Runde auch mal ein Medic Liegt was down Rechts, Chris, hast du? Ja Wir erobern eine Stellung Oh, PgGamer Der trieb, der nervt so höllisch Das ist abnormal, was der frisst Paddy, hast du den? Nein, natürlich kam der PgGamer PgGamer liegt down Danke schön, Dominic Danke schön, Dominic Wir erobern eine Stellung Bombs, schön am Leben bleiben Ja, rechts, rechts Na, ich hopf raus Und krieg die Criber ab Aber wenn wir wenigstens zwei Spots schneller holen wie die, dann haben wir's Da mal Was isch denn des für ein Scheiß Warte Paddy, lass mich mal geschenkt Lauf, Oli, lauf, 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 lauf Ne, ich halte euch vorne frei, bleibt auf Spot Ja Der feindliche Kommandosholten gehört uns Müssen wir nur noch schön die Spawnraiser dann checkräumen Zweite feindliche Stellung in Sicht, erwarte Bestätigung Sind noch drei Stück lang Ja, einer ist noch hinten auf jeden Fall Geht ihr auf Spot? Geht ihr auf Spot? Ja, ich geh schon Ich klär 2 1, 2 erledigt Gott, sieh mir immer noch mal, du bist doch ein Scheißwixer, alter Klar, zwei Schuss braucht der von seiner Striker Dass ich verstehen bin Alter, der hat Makros, Oliver hat Makros, 100 Pro BG, ich greppe Simplen BG, der frisst so krass, der Junge Äh, hinter dir Oli, zwei Stück hinter dem Hüttle Wir erobern eine Stellung Wir erobern eine Stellung Auf geht's Ist einer oben? Ja, ich Nein, ein Gegner Achso, das weiß ich nicht Ich seh das nicht, ich hoc hinter der Kiste Ja Du captestest aber nicht Den hab ich ja entkilled Ja, ich bin tot Achso Ja, klar, wozu hab ich Anti-Claimor-Boots Oli, vor dir sitzt dann direkt einer Alter, die kriegen keine Hits Du bist voll drauf und es passiert nichts BG-Gamer am Schild Also wenn ihr Tome Tast dich ab Hinter dir Ey, komm Der holt mich mit einem Schuss mit der Strike Aber der PEG-KT-Schuss macht dem nix aus Warte Sind noch zwei Clays oben Das juckt mich nicht Die Flamers sind mir ehrlich, das ist halt fucking egal Liegt irgendwas oben? Ja, ich steh da oben Wir erobern eine Stellung Wir erobern eine Stellung Also entweder sie haben Anti-Melee-West, Otte gegen Schnellschuss Beide Das ist, ey, ganz ehrlich Jetzt komm, Alter, lasst uns die Scheiß-Hacker-Fertigmachen Du bist einer liegen Ist tot 2 stehen 2 liegen Rechts Wir erobern eine Stellung Habe ich Habe ich Alle aufs Spot, alle aufs Spot PG ist weg Das haben wir, das haben wir, das haben wir Nein Natürlich, das haben wir Und wie wir es haben Anzack Wir konnten zwei strategische Stellungen erobern Eine ist noch übrig Oh, eine noch Letzte feindliche Stellungen in Sicht Wartet auf Bestätigung PG-Gamer ist noch unter uns Proteste ist auch noch da Läuft zu denen ihr Spawn wieder Patti hinter dir Ich bin schon lang tot Ja, aber der kommt zu dir Deshalb sag ich Patti hinter dir Los komm, mach dich fertig Da ist noch einer Boah Liegt was aufs Spot Da ist noch einer Da ist noch eine Strategische Stellung Wir erobern eine Stellung Also der Oliver Extrem hat bestimmt eine hohe Headshotquote Wenn es das Ende ist Ey komm Es kostet nur an Natürlich, breist meine Scheiß Hey Ab Achtung Der Ja Ich bin nicht spekuliert Ich war eh fast tot Domme, du kannst dich Pass auf, ich geb dir den Punkt Ja, ich wollte da hoch Ja, ich sag dir Ja, das wollte ich grad sagen Du kannst dich perfekt auf den Tisch hocken Das rafft keiner Das rafft keiner Ja, die raffe das Da war der Patti gerade auch drauf Fuck, wir haben das Match eh schon Jetzt heißt eigentlich echt nur noch durchhalten Ist einer liegen noch? Ist nur noch tot Da ist ich weiter Wir erobern eine Stellung Bleibt ihr aufs Spot Ich halte euch wieder die Gegner ab Okay, drei Stück Jetzt rein Einer rein Patti da direkt vor dem 2 Pg Gamer von links Pg Gamer von links Garde Play sitzt Oder AP Ausgelöst Oh, die Cry War war perfekt Wir erobern eine Stellung Bin aufs Spot Haltet mir nur die Rücke frei Das wäre perfekt Jetzt das holen wir Halt 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 Marker Ja, das kriegt man noch Da kriegt man das Oh, schade für die Control Halt 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 Kills Halt 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 KD aber hat sie das kommt in YouTube das war kacke, kommt in YouTube ich hab's auch aufgenommen, ja oh, leck! aber wir haben sie geht doch, als Team klappt es doch man, Leute